Es ist ein kleines Zeichen der Wertschätzung, leitet sich ja der Valentinstag vom Heiligen Valentin ab und eigentlich als Zeichen von Liebenden, die sich zueinander bekennen, aber ich sage auch in der Ausweitung der Interpretation hat sich durchaus das auch in den letzten Jahren so eingebürgert, als Wertschätzung allgemein gegenüber Frauen und so sehe ich das auch bei uns hier im Haus und gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.